Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Wir kaufen uns auf jeden Fall unsere Ragnar Wolves 150 für die Flagge landen geht immer 90 für die Schussdinger geht auch auf jeden Fall und hier kriegen wir nicht alles zusammen in der Hoffnung, dass die Wolves bei uns bleiben kriegen die... ok, können wir leider nicht gucken wir uns mal ganz kurz eben an was wir gerade gefunden haben und zwar dieses Schwert Storm Sword This mighty sword channels the energy of celestial magic through its blade In hand-to-hand combat a successful strike wound the enemy automatically regardless of any armor he may wearing when the ruler is in the middle of a man has once per magic cycle so an immortal and bolt from the sky which strikes the enemy regiment Okay, das ist cool und ich glaube ich werde meine Fuzzles hier mal kurz ein bisschen umrüsten und zwar die Wolves können doch bestimmt auch zwei Sachen tragen okay, die können leider nur eine Sache tragen ähm dann werden wir mal das Schwert geben ich überlege gerade, was gebe ich... was haben die denn? ich nehme die Banner auf Arcane Walding ah ok ähm ähm ich würde sagen, das lassen wir... äh... es ist nicht zu benutzen, macht keinen Sinn dann kriegen das einfach hier die... behalten die das das Geld aufsparen machen wir jetzt gerade mal wir lassen die Infanterie jetzt gleich nämlich komplett aus dem Spiel und ähm gehen weiter und guck mal, was jetzt als nächstes passiert nach Macaron und wir werden hier nochmal angerufen wahrscheinlich natürlich so you finally arrived Commander much too late as usual ah you called me Commander you're learning the hand has been freed from the glacier by the enemy thanks to your tardiness the undead legions have mustered in greater numbers now what are you going to do this is what comes of delaying to fight alongside an outlaw like months and you lost even more time eating right now against a mob of witless trolls I saw that I taught you better than that all those years ago the hand must be destroyed at all costs sound the attack sound the attack I, I, I do that because I want that ähm ja wir sprechen uns mal hier drüber weil das passt das passt gut oha Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh fuck, das dürfte die Hand sein, das sieht mir aus wie ein riesiger Streitwagen, kann das sein? Das ist ein Streitwagen, ja. Wir haben Ritter, wir haben kaum Bogenschützen, das kann von Vorteil sein, das kann sogar sehr von Vorteil sein. Ich würde sagen, die werden eh angreifen, ja. Ich würde sagen, warten und bestmöglichst den Bestand dezimieren. Ich denke das ist, ja, im Prinzip jetzt, so sollten wir da herangehen an diese, ne. Geschichte. So. 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 Enemy sighted! Enemy sighted! Aye, Sir! Engage! Charge! Hold! Enemy sighted! Enemy sighted! Enemy sighted! Enemy sighted! Engage! We're not going back! We're not going back! We're not going back! Enemy sighted! Enemy sighted! Ich habe da einfach mal viel zu viel Zeug gesehen. Ich habe da einfach mal viel Zeug gesehen. Läuft ja gerade echt rund hier. Geh! Baud! Die Hand hat zuほ! Engage! Engage! Aha! Aha! Schlecht! 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 Aye, Sir. Engage, enemy sighted. Hauaha, das wird voll in die Wurst gehen. Engage, enemy sighted. 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 Oh fuck, is more sighted. Und ich zeige lieber. Á die ä die. Entsch cupboardmäßig funktioniert es nicht. drugs du das? Petra Generation? Es ist doch mehr, vieleitime storage. Die, die oder die mir probiert werden? Oh, die Flagge landen. Hauptsache, die werden nicht ganz ausgelöscht. Das ist mein Hauptanlehen gerade. Ich werde es auch nicht mehr ballern. Na doch, andere geht noch. Die Anleitung ist verletzt! Schweigeabend! 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 Warum zur Hölle? Hat der kein Item gedroppt? Das ist ein bisschen verwunderlich. Ja. Wird schon klappen. Anleitung ist verletzt! Das war ganz schönes Gekloppe. Und da würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und Ciao!